so herzlich willkommen zurück hier bei battlefront 2 wir machen weiter wir sollen da hinten mal infiltrieren wir sind jetzt hier wieder mit einem anderen charaktere unterwegs kann der rauchgranate präsent präzisionsschuss und deaktivator hat er zur verfügung ist ein präzisionsschuss ziel erfassen schwenke die kamera naja wenn wir sehen das müssen wir hier erstmal vorwärts um zu gucken was hier überhaupt los ist da haben wir jemanden haben wir mehrere haben wir mal einfach mehrere auf dem schlag ab überleicht ausräuchern general aus 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 So, die Richtung müssen wir sowieso Was war F nochmal? So, die Richtung müssen wir sehen So, die Richtung müssen wir sehen Na ja, wir kommen ja vorwärts, ne? So, jetzt gucken wir mal, was hier drinnen los ist. So, wir sind jetzt in einem Berg drinnen. Da. Hier gibt's was zum Drücken. Hier, steigen Sie ins Cockpit. So, jetzt hier die Reise. So, gucken Sie bitte irgendwo lang. Nach oben. So, mal was von Privatsphäre gehört. Aber dafür umso mehr für's Team. Willen Sie das? Diese Anlage ist gar nicht verlassen. Sie ist voll in Betrieb. Okay, wir spielen die Waffe und leben die Fabrikschiff. War kein Problem. Das hatten Sie über Hanson Lusrettung aus Chabas Palast auch gesagt. Hier kriegt das Sie. So wie immer. Wenn Sie dabei sind, wird einfach nie etwas nachfahren. Ja, das ist das Hauptsame. Dort könnten wir die Fabrik abschalten. Wir müssen nur an den Sturmtruppen vorbeikommen. Ach, du und ich wie dein Einsatz. Das vermisst du doch auch. Ich vermisse das überhaupt nicht. Da wären wir so ein Glück. So, naja, wir haben ja hier sehen, was da auf uns wartet. Jede Menge Sturmtruppler und so weiter und so fort. Wenn ich schieße, weißt du, was zu tun hast. Bereich sichern. Hahaha. Ja. Also das heißt, wir müssen erstmal alle abknallen. Jetzt gucken wir mal weiter auf uns zukommen. Jetzt haben wir die Aufkunft, Soldaten. Vergegen, kein Problem. Wie langt her? Vorsicht vor dem Scharfschützen. Suchen Sie es dann mit einer Drohngranate. Wir haben schwere Waffen. Wir haben schon wieder auf uns zukommen. Soooo! Ah! Bisschen vor Nicht auf der Stelle bleiben Da drinnen Huge Da oben Wieder ein Stückchen vor Aha, da kommen noch mehr Tja, der hat Nicht schlecht Der kann alle wunderbar erkennen Wahrscheinlich über Wärmebild Sooo! Schön sauber gemacht hier alles Abschalten 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 Den Laden abschalten Terminal Da Da Sie wissen schon, was Sie tun, oder? Ja, natürlich Unautoreviste Eingabe entdeckt Sicherheitsabregelung eingeleitet Schön! Für mich war das ein Ausschaltknopf Okay, neuer Plan Das Ding läuft mit Lava, oder? Ja Warum? Was haben Sie vor? Improvisieren Such uns einen Weg hier raus Ich will nur möglichst weit weg von ihnen Gut, weiter geht das Und nicht Ja, ich aber auch Ja, ich aber auch Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Vielen Dank. So. Jetzt haben wir die Schacht. Wir sind raus. Und... Bewegungsscan, Fahrzeugabwehr, Rakete, Granatwerfer. Okay. Wo soll man lang? Kann man nicht lang? Gut. Wie viele Waffen laden wir ein? Äh, wohl. Wir haben sie eingeschmolzen. Was ist dann die Fracht? Ein verzweifelter Duros und ein lächerlicher Mann mit Hummer. Ich war sehr präzise, was die Missionsparapyte angeht. Kann das springen? Eiden? Eiden, sind Sie noch da? Sie ist weg. Was war das? So klingt ein perfekt funktionierender Plan. Los noch! Herr Vulkan rissieren! Der Vulkan wird ausbrechen. Stimmt's? Ach, sagen Sie es mir nicht. Ich lass mich überraschen. Auaatsch. Das ging ja fix. Hm. Zum Shuttle! Bringen Sie uns in eine erhöhte Position! Ähm, was soll ich tun? Sag Aiden, wir sind bereit zur Abholung. Mit Vergnügen. Aiden! Es ist an der Zeit! Und wie viele Waffen laden wir ein? Äh, null. Wir haben sie eingeschmolzen. Was ist dann die Fracht? Ein verzweifelter Duros und ein lächerlicher Mann mit Hummer. Ich war sehr präzise, was die Missionsparapyte angeht. Aiden? Aiden, sind Sie noch da? Die ist weg. Was war das? So klingt ein perfekt funktionierender Plan. Das ist weg. Was ist weg? Toll doch, Tempo kalsieren. Der Atme. So ... Nu. Was ist weg? Und weg! Okay, sieht ja schon besser aus. Soooo! Schaube trocken! So, da müssen wir aber lang, ne? Zum Flieger hin! Ne, der fliegt ja weg! Ja! Sterbe ich hier? Bin ich froh, dass Sie es auch werden! Okay, Conker, danke! Siehst du? Hab doch gesagt, wir schaffen das! Die Fabrik zu zerstören hatte größere Auswirkungen, als wir dachten. Admiral Akbar ruft alle Schiffe der Republik nach Jakku. Die gesamte imperiale Flotte ist dort, abgesehen von der Ausrüstung von Salas. Mein Vater wird wohl dort sein. Doch seine Verhaftung ist keine Priorität. Dieser Kampf könnte das Ende des Krieges bedeuten. Wir gehen rein und helfen so gut wir können. Körer, Bast! Ich empfange eine Menge Notsignale. Verdammt sind das viele! Der, die Corvus gehört Ihnen. Luftsicherung. Schiff und ich helfen am Boden. Einen Moment noch! Aiden! Komm gefälligst wieder, ja? Passen Sie gefälligst auf mein Schiff auf, ja? Hey, Shrill, hoffentlich überlebst du diese unfassbar riskante Mission auch mein Freund. Danke, Dad. Deine Freundschaft bedeutet einfach alles für mich. Nicht der ermutendste Start. Hey, wir leben noch. Da? Wo können wir helfen? Ich hab zwei Notsignale bei Ihrer Position. Wir sehen nach. So, wir haben, Sie sehen, wir haben jetzt die nächste Mission vor der Nase. Wir müssen wieder einen Luftkampf vollziehen. Aber für die Folge sind wir erstmal durch. Diese Mission ist abgeschlossen. Und wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich wie immer bei euch für euer Zuschauen, euer Interesse. Bis zum nächsten Mal, euer Exposito. Ciao, ciao!